Hi Leute, Barmelin ist am 1. September ein Jahr alt geworden und ich habe das nicht erwähnt, da ich in der Zeit keine Videos gemacht habe und ich wollte heute einfach mal ein paar schöne Bilder von ihm in ein Video packen und dann nochmal alles Gute nachträglich gratulieren. Wir haben auch eine kleine Party gemacht. Also ich habe ihm auch Geschenke geschenkt und gratuliert und sowas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.